Schönen guten Tag, mein Name ist Philipp Schulze-Tertilt aus dem Produktmanagement der GWS. Im Folgenden werde ich Ihnen in dem Produkt Microsoft Dynamics 365 CRM zeigen, wie Sie Geschäftsprozesse abbilden können, um somit zum Beispiel eine dauerhafte Servicequalität oder auch eine dauerhafte Vertriebsqualität zu gewährleisten, nämlich indem Ihre Mitarbeiter einen bestimmten Vertriebsprozess folgen und Sie diesen in CRM auf Ihre Bedürfnisse anpassen können. Wie wir sehen, ist CRM schon geöffnet. Im Folgenden möchten wir uns in CRM die Möglichkeit anschauen, gewisse Prozesse, Ihre Prozesse, wie zum Beispiel eine Verkaufschance oder eine Anfrage im Typ Reklamation, so anzupassen, dass der Prozess sich nach Ihren Bedürfnissen richtet und in Ihrem Unternehmen standardisiert gehandelt werden kann, egal ob es ein Mitarbeiter ist, der vielleicht schon 20 Jahre in Ihrem Unternehmen ist oder ein Auszubildender, der gerade drei Monate dabei ist. Beispielhaft schauen wir uns dafür einmal den Prozess der Verkaufschance an. Ich öffne die Verkaufschance. Das, was wir im oberen Bereich direkt sehen, ist dieser Geschäftsprozessfluss, nämlich wir haben unterschiedliche Phasen, identifizieren, qualifizieren, Angebot, Vertrag und schließen. Sie haben hier die Möglichkeit, pro Phase einmal die Pflichtfelder auch vorzugeben, welche zum Beispiel vom Mitarbeiter erfragt werden sollen, meinetwegen, wenn bei Ihnen eine Reklamation eingeht oder welche Daten erhoben werden sollen, wenn ein Vertriebsmitarbeiter eine Verkaufschance pflegt. Darüber hinaus haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, hier auch gewisse Bedingungen im Customizing zu hinterlegen, nämlich dass, wenn kein Angebot erstellt werden soll, diese Phase Angebot auch nicht ersichtlich ist. Darüber hinaus haben wir die Standardmöglichkeiten von CRM, nämlich hier ganz normal Telefonanrufe oder Aufgaben oder Sonstiges zu erfassen. Schauen wir uns dies einmal im Customizing an. Wir sind im Customizing-Modus und können hier unsere Verkaufschance, die wir gerade gesehen haben, einmal betrachten. Nämlich wir haben, identifizieren, qualifizieren, dann eine Bedingung, Angebot erstellen, ja, nein und dementsprechend die Phase, die übersprungen werden können. Sie können hier als Kunden völlig frei hinterlegen, wie die Phasen aussehen sollen, wann Sie welche Phase pflegen möchten, welchen Schritten in die Phasen drin sind und zum Beispiel, ob es sich dort um Pflichtfälle handelt. Des Weiteren können Sie neue Phasen einfügen, um hier Ihren Prozess so anzupassen, wie Sie ihn in Ihrer Organisation leben und mit welchen Daten Sie diesen Prozess handeln wollen. Prinzipiell gibt Ihnen diese Möglichkeit des Geschäftsprozessflusses die Chance, ein EDV-System genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen und eine Standardisierung Ihrer eigenen Prozesse zu erreichen und somit letztendlich die Qualität zu steigern, um dem Kunden immer auskunftsfähig zu sein, zum Beispiel, welchen Status seine Reklamation hat oder wie gerade die Verkaufschancen in Vertrieb gehandelt werden. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020